Wie geht es euch? Was gibt es, Herr? Ich bin ganz ohr. Oh, der ist klasse. Es reicht. Ich glaube, dass ich nicht lache. Diese Runde geht an euch. Ihr lacht. Sollte das etwa ein Kompliment sein? Ihr seid lacht. Sollte das etwa ein Kompliment sein? Gut, ich glaube es nicht. Ihr seid erbärmlich. Gutes Argument. Ihr lacht. Sollte das etwa ein Kompliment sein? Ich kann nicht widersprechen. Ja, ja. Oh, ich glaube euch nicht wirklich. Diese Runde geht an euch. Dass ich nicht lache. Sollte das etwa ein Kompliment sein? Ja, wo habt ihr? Macht euch nicht lächerlich. Diese Runde geht an euch. Ja, wo habt ihr? Sollte das etwa ein Kompliment sein? Diese Runde geht an euch. Oh, ich glaube euch nicht wirklich. Wiedersehen. Die Runde geht an euch. Die Runde geht an euch. Die Runde geht an euch. Ich kann mich nicht erinnern, euch in mein Haus eingeladen zu haben. Geht sofort, denn sonst haben wir hier ein Problem. Sitis? Was soll dieser Verrat? Wer hat euch geschickt? Ich weiß nicht, wer hinter diesem Frevel steckt, aber es wird ihn Blut kosten. In die Lehre mit euch, Assassine! Die Lehre mit euch! Wow! Arrgh! 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 Wow! Es ist mir eine Ehre, mit dem Helden der Schlacht von Bruma zu sprechen. Was kann ich für euch tun? Ich hasse diesen Ort. Ich bin mit Edlar hierher gekommen. All diese hochnäsigen Südländer. Und die blöden Wachen lassen nicht zu, dass man mal ein bisschen Spaß hat. Lebt wohl! Ich bin sehr müde. Können wir das hier jetzt abwickeln? Mein Lieblingskunde. Was habt ihr denn? Ich würde euch liebend gerne in mein Geschäft investieren lassen. Mit dem zusätzlichen Geld könnte ich mehr Waren von Abenteurern wie euch kaufen. Mein Lieblingskunde. Was habt ihr denn? Das klingt nach einem angemessenen Preis. Ich denke, für den Preis kann ich das Stück loswerden. Habt ihr noch mehr? Bin ich froh, dass das erledigt ist. Ich brauche ein Nickerchen. Schatten mögen euch verbergen. Sieh an, wenn das nicht das Drachenherz ist. Wir sind einfach noch nicht so weit. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Was ist? Hallo! Was kann denn der alte Waffenmeister für euch tun? Nur zwischen uns beiden? Isabelle ist total in mich verliebt. Bewegung! Ihr, ihr habt Agronak getötet. Ah, noch ein glücklicher Zuschauer. Oh, Verzeihung, ich... Ich hatte das nur angenommen. Nun, wenn ich noch etwas für euch tun kann, lasst es mich wissen. Jeder möchte wissen, was sich im Tempel wirklich zugetragen hat. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Wie kann ich euch helfen, Meister? Was ist das Problem? Es war eine Ehre, mit euch zu sprechen, Meister. Ich bin ein glücklicherweise. Oh mein Gott, das ist ja so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020